hallo liebe modellbahnfreunde und kunden von modellbahnshop lippe schön dass sie dabei sind bei unserer frühlingsaktion wir starten eine aktion auf zubehör artikel mit 25 prozent auf die hersteller auhagen busch faller heki kibri noch fisman und natürlich vollmer und wir haben ein paar schöne artikel dabei die wir gerne mal vorstellen möchten die auch in dieser aktion mit drin sind zum beispiel der trassenbausatz andreas thal und diesen trassenbausätzen gibt es drei verschiedene die haben einen uvp von 149 euro und wir bieten den in unserer aktion an für 112,49 euro in so einem start set sozusagen das ist eine super alternative zu einer fertiganlage weil man dann noch viel freigestalten kann wir haben einmal die trassen an sich dabei wir haben die stützen dabei also eigentlich alles was es braucht um richtig loszulegen zum super preis wir haben natürlich landschaftsbaupakete auch mit im sale hier habe ich jetzt eins von busch gibt es natürlich auch von noch muss natürlich dann schauen was man haben möchte hier haben wir eins wo viel mit berg dabei ist wir haben einmal die hartkottonplatten wir haben noch mal begrünung dabei eine straße ist dabei also alles was das herz begehrt oder alles was man braucht um wirklich da durch zu starten natürlich auch richtig tolle bausätze in unserem sale zum beispiel von kibri habe ich ein großes fachwerkhaus was nachher 20 euro 96 kostet wir haben von noch verschiedene perfekt sets also sets wo alles drin ist was man braucht um hier einen zum beispiel ein see nachzugestalten wir haben die water drops mit farben dabei wir haben eine anleitung und sogar eine dvd mit dabei also dass man auch schauen kann wie sowas funktioniert was kostet den uvp 37 99 und später wird es dann 26 90 kosten also wirklich noch weniger als noch mehr als 25 prozent ziehen wir da ab dass sie auch wirklich gut starten können da gibt es natürlich auch mehrere sets mehrere perfekt sets wir haben noch mal straße wir haben natürlich auch wie sagt bausätze schöne dabei zum beispiel diesen tollen busch bausatz der nachher 44 99 kostet faller jubiläums bausätze wir haben natürlich auch elektronik dabei wie zum beispiel lampen das gesamte fiesmann sortiment transformatoren 25 prozent auf alle lieferbaren artikel bis zum 28 dritten schauen sie gerne mal rein in unseren shop wir wünschen viel spaß beim shoppen und viel spaß mit dem hobby modell waren 25 prozent